Der 890 von New Balance hat sich bereits eine große Fangemeinde erlaufen. In seiner vierten Version bekommt er einige Updates, die ihn weiter voranbringen. Er ist mit seinen knapp 200 Gramm ein sehr leichter Trainingsschuh für Neutralläuferinnen und überzeugt auf allen Streckenlängen und auch im Wettkampf. Im Obermaterial glänzt er mit seiner Atmungsaktivität und der PhantomFit-Technologie. Sie bietet einen störungsfreien Sitz bei direkter Passform. Der Aufbau ist flach, dynamisch und sportlich. Die auf 8 mm reduzierte Sprengung trägt dazu bei. Während das Absorb-Crashpad in der Ferse die Aufprallkräfte verteilt und die Abrollbewegung einleitet, sorgt die Revlight Zwischensohle für die Dämpfung beim Laufen. Durch die Flexkerben wird der Schuh dynamisch und die Abrollbewegung vollzieht sich gleichmäßig von der Ferse bis zum Vorfuß. Der komfortable New Balance 890 eignet sich für alle Neutralläuferinnen, freut sich über jedes Tempo und begleitet dich gerne bei deinen Wettkämpfen. Möchtest auch du mit dem New Balance 890 auf die Laufstrecke? Dann komm in deine Runners Point Filiale oder bestell ihn dir hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. 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 www.runnerspoint.com.